Hey, hübscher! Nimm dies. Fessle mich damit. Erklärst du mir mal, was du vorhast? Überleg doch. Wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Ritterspons Leben steht auf dem Spiel. Und Ceres. Zu riskant gibt es nicht. Schön. Sagen wir, Sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn? Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschauen. Aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Gerold, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri. Sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst. Egal, was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? Hm. In Ordnung. Was wählst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Sieh an. Triss Merigold. Du machst jetzt in Zauberinnen statt Ertrunkenen? Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige. Schmiedene Ränke fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit ihr. Finger weg. Was sagst du? Ah! Wusste ich's doch, dass wir ihm nicht trauen können. Hexer, Hexe, alles dasselbe. Dann können sie auf demselben Scheiterhaufen brennen. Das ewige Feuer wird Escher aus dir machen. Was sagst du, was sagst du, was sagst du? Oh, belch. Schnell, schneller. Ja! Eins! Jemand, mit wem du sopigst hast?! Ah! Jeje! So, was hier gegross' ich? Oh, ich bin ganz sicher! Ich bin ganz sicher! So, hier wie soll ich arbeiten? Ich bin ganz sicher! Oh! Ich bin ganz sicher!" Chug! Ohe, wir gehen an und scheiden die Welt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das zu beaten hast? Das war's für heute. Das reicht jetzt. 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 Das reicht. Das reicht. Das reicht jetzt. Ich muss sagen, Luke und Trug gehören nicht gerade zu deinen Stärken. Nun, ich bevorzuge unkomplizierte Lösungen. Hm. Erst kämpfen, dann fragen. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Ich weiß, das ist, wie bei der Hörst du da ist. Ja, das ist nicht die zweite Zeit. Das ist für heute. Das ist für heute. Ja, das ist für heute. Ich würde das, für heute. Ja, das ist für heute. Ich würde das, für heute. was gefunden nur sein büro schlüssel in seinen taschen nichts unter seinem gürtel warte da ist etwas im futter eingenäht was ist es der schlüssel zu einem tresor die bin dikstra mit besten grüßen ich habe einen brief gefunden an menge adressiert von jemand wichtigen einem spion denke ich einem spion sie ist ja tote briefkästen heimsignale er riecht stark nach spionage dieser agent könnte mehr über rittersporn wissen bestimmt im brief stehen die signale für ein treffen aber es wird kein treffpunkt erwähnt vielleicht kann dikstra da helfen der weiß alles alles das ist wohl leicht übertrieben da bin ich nicht sicher schlüssel zu einem gewölbe ohne adresse warum bezweifle ich dass dikstra sich darüber freuen wird nun vielleicht brechen seine schergen uns dann nicht die beine weil wir unseren teil der abmachung nicht gehalten haben das glas ist also halb voll mit etwas starkem hoffe ich alles klar hier gibt es nichts mehr zu holen lass uns gehen sehr gerne aber nicht durch den haupt eingang so 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was ist das?